Tja, erste Folge war Nena Abend bei der Staffel 3 von Sing mein Song, das Tauschkonzert im Jahre 2016 und es war ein guter, guter Start, muss ich sagen. Zwar durchwachsen, paar Nummern waren nicht ganz so toll oder es haben mich Sachen gestört und so, aber es waren auf jeden Fall zwei richtige, 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 richtige Kracher bei. Und zwar, was Bossos gleich zum Anfang abgeliefert haben, da war ich gleich, ja, das war eine Sahneschnitte, muss man so sagen. Man hat es auch nicht so geklungen, als ob sie noch nie Deutsch gesungen haben, also sozusagen, die haben das ganz routiniert gemacht, war eine super Nummer. Bis auf, dass ich fand, sozusagen am Anfang, sozusagen, war man Stimmlieder nicht ganz da, aber es hat sich nach hinten hingegeben, es war wirklich eine super Nummer. Ansonsten war noch, für mich also persönlich, der richtige Kracher war, was der Seven abgeliefert hat mit den 99 Luftballons. Das ist ja wirklich eine fantastische Nummer, also ich finde, das ist sozusagen der neue Cicero, der leider nicht mehr existiert, wobei er sozusagen eher ein harter Cicero ist, der Cicero war ja eher jazziger, weicher vom Sound, der aber jedenfalls sehr gute Nummer. Xavier Naidos' Wundergeschehen-Nummer war mir zu, sozusagen, zu abstrakt, zu kreativ, man hat ja zu sehr rumexperimentiert und dadurch, sozusagen, nicht Fisch, nicht Fleisch, sozusagen, meiner Meinung nach, nichts Halbes, nichts Ganzes, also, vom kreativen Standpunkt her, mutige Nummer und so, aber es hat halt mich jetzt nicht überzeugt. Ansonsten, die Nummer vom Babman, also vom Wolfgang, das Liebe ist, das war echt eine schöne Nummer. Es war jetzt zwar gesanglich nicht mehr so stark, aber wirklich instrumentalmäßig, sozusagen, hat mir das wirklich sehr gut zugesagt, dieser, ich sag mal, chillige Gitarren-Sound, sozusagen, ein bisschen so Road-Sound-artig, das hat mir wirklich gut gefallen. Aber also sein Gesang war halt nicht so, sozusagen, der Knüller, es war okay, aber nicht Knüller. Und was mich denn hier wirklich ganz stark gestört, sozusagen, in der Hook, sozusagen, der Background-Chor durch Girls, das hat irgendwie, er hat nicht so richtig gepasst, würde ich sagen. Ansonsten, Totalversagen bei Sammy Deluxe, also das Berufsjugendlich, was ja er geschrieben hat und so, er hat da versucht zu singen, das ging in die Hose, weil er nicht singen kann, also er hätte eine Rap-Nummer draus machen sollen. Das war so leider nix, muss ich sagen. Und ansonsten, die Annette hat, fand ich sozusagen, emotionslos, das nur geträumt gesungen. Er hat auch sozusagen ihre, ja, sehr markante, typische Stimme, so kleine Mädchenhaft, wie sie da singt, das hat auch mit dem Instrumental nicht wirklich zusammengepasst. Komischerweise ist ihr Song der Song des Abends geworden, kann ich null verstehen. Und, ich sag mal so, anhand der Fan-Reaktionen sieht man auch sozusagen, die Leute, die sich das angehört haben, die finden überhaupt nicht, dass das nur geträumt der Song des Abends war. Also für die Leute war es letztendlich 99 Luftballons und was The Bossers abgeliefert hat. Also von daher würde ich sagen, durchwachsene Abend mit zwei sehr guten Versionen meiner Meinung nach, sozusagen. Also wenn man pro Abend wenigstens einen richtigen Kracher hat, reicht das schon. Mit zwei Krachern ist es wirklich ein sehr guter Abend eigentlich. Dafür aber sozusagen total Absturz bei Sammy und Annette hat auch eine komische Nummer gemacht. Das ist ja nicht so toll. Ansonsten muss ich natürlich sagen, was generell mich sowieso bei Sing Mein Song immer nervt, diese Belobhudelung. Also generell war immer alles total genial und toll, was der andere gemacht hat. Da kommt eigentlich null Kritik, dass gesagt wird, na, das hat mir jetzt nicht gefallen oder das war schlecht oder so, sondern diese grundsätzliche Belobhudelung finde ich nervig. Und ja, da es ja Nena-Abend war, mussten natürlich so die zwei typischen Nena-Mantras wiederholt werden. Also Nena, der Weltstar, so groß und berühmt und so. Das wird ja immer wieder geplärrt, wenn es irgendwo um Nena geht. Oder das zweite Mantra, was entweder oder auch und immer wieder kommt. Sie und ihre Familie. Ja, ich bin ja Oma und ich bin Mutter, ich habe die Kinder und dies und das. Und das ist ja alles so harmonisch und lieb und dies und das und bla. Diese Leier, man kann es nicht mehr hören. Ich meine, man weiß es mittlerweile. Ja, wir wissen, wer Nena ist und die sind das schon tausendmal erzählt. Wen es noch interessiert, kannst du ja nachlesen. Das muss ich nicht, ist 20 Millionen zum Mal vorgekaut kriegen. Das nervt. Das nervt einfach nur noch. Aber ansonsten, Nena selber sozusagen, die ja eigentlich sonst eine totale Nervensäge ist, fand ich, war jetzt, kam gar nicht so nervig rüber, wie sie eigentlich normalerweise ist. Also Nena für ihre Verhältnisse sehr unnervig, also aus meiner Perspektive gesehen. Ansonsten muss ich sagen, Nena hat ja selber einen Song gesungen. Genau jetzt, glaube ich, heißt das Ding. Oder jetzt genau. Ah, ich weiß nicht, wie rum. Egal. Jedenfalls, das war mit Effekten zugeklatscht. Das war auch sozusagen gesangstechnisch eigentlich eher keine Glanzleistung. Fand ich jetzt eher sozusagen, dadurch, dass man es so effektiviert hat, zu sagen, passte das auch schon gar nicht in den Abend. War ja sozusagen alle eigentlich eher live gesungen mit relativ wenig Effekten oder fast gar keinen oder gar keinen. Daher, das wirkt irgendwie total deplatziert. Das hätte man lassen sollen. Aber ich denke mal, bei Nena ist, sie ist halt keine so krasse, großartige Sängerin. Und man wollte halt den Abend nutzen, um hier sozusagen die neue Single ranzubringen und das Album zu verkaufen, was ja bis jetzt sozusagen absolut schlecht lief. Das neue, was von Semi fabriziert wurde letztes Jahr. Und deswegen wollte man wahrscheinlich sozusagen die bestmöglichste Version mit möglichst vielen Effekten und so hinklatschen. Ich denke mal, es ist auch nach hinten losgegangen. Ich glaube nicht, dass das die Leute wirklich überzeugt. Von daher, ich habe auch die Befürchtung, dass Nena sozusagen, weil Nena eben nicht so die Sängerin ist, dass jetzt in den zukünftigen Folgen bei Nena immer alles sehr Effekt zugeklatscht sein wird. Das hoffe ich mal nicht. Also denn lieber sozusagen eine schwache Gesangsleistung, aber dafür gut und nicht durch Effekte verhunzt. Das klingt meistens noch schlimmer, als wenn man normal singen würde. Aber sicherlich auch eine Ansichtssache. Aber an sich, an sich muss ich sagen, wirklich ein fantastischer Abend. Also ich hatte schon Befürchtungen, dass es total schrecklich und scheiße wird alles an dem, was man an Schnipseln in Trailern gesehen hat. Aber ich muss sagen, meine Erwartungen wurden voll erfüllt. Ich meine, dass es natürlich immer Totalabstürze gibt, wie zum Beispiel den Semi. Ist klar. Aber dadurch, dass hier zwei echt sehr gute Versionen meiner Meinung nach rausgehauen wurden, also Luftballons und was der Bosshaus geliefert haben. Von daher sozusagen muss man eigentlich sagen, völlige Zufriedenheit bei mir. Und ich hoffe auch, die Zuschauer an sich haben breite Zufriedenheit und freuen sich auf die nächste Folge. Ich tue es auf jeden Fall.